Servus Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wir sind unterwegs mit der lieben Beauty and the Beast Bike Live. Wir haben gerade hier fresh getankt. Ich habe heute ein bisschen Produktionsstress mit den Videos, weil die nächsten zwei Wochen scheinen sehr schlecht zu werden wettertechnisch. Deswegen muss ich schauen, dass ich jetzt so viel wie möglich noch aufnehme, solange es noch schön ist. Es ist eher eine Katastrophe dieser Sommer. Die ganze Zeit schönes Wetter, richtig gut. Dann hat man sein neues Motorrad und dann ist wieder die ganze Zeit scheiß Wetter. Wer kennt es nicht? So ein geiles Motorrad. Ich liebe es wie am ersten Tag. Das Videothema ist folgendes und zwar eine Woche S1000R. Wie geht es mir? Wie habe ich mich eingewöhnt? Ich denke mal nach einer Woche kann man sich schon ein kleines Fazit bilden. Anfangs habe ich mir so gedacht, naja, die Sitzposition ist schon sehr, sehr spitz. Mittlerweile geht es ehrlich gesagt, muss ich sagen. Okay, wenn man jetzt mit Jeans fährt oder mit Kevlar-Jeans, dann geht es besser als mit Lederkombi. Weil bei Lederkombi ist der Kniewinkel schon sehr spitz und dann drückt sich das Leder schon ans Leder beim Fuß. Das ist halt nicht ganz so geil. Wir haben jetzt noch gute Kilometer hinter uns. Gekauft habe ich die Maschine mit 13.500, jetzt haben wir 14.300, also ich habe gute 800 Kilometer Eingewöhnungszeit hinter mir. So bei 1000 Kilometer werde ich mal den Dynamikmodus reinballern, damit ich dann auch mal ein bisschen die ersten Wheelie-Versuche mich rantasten kann. Ich will es aber nicht schrotten. Deswegen werde ich da noch ein bisschen warten mit dem Wheelie-Fahren. Das Ding hat unglaubliche Power, was ist auch unglaublich... Ja, ich habe halt Respekt davor, diese Power abzurufen, weil untenrum geht es schon sehr, sehr gut. Und dann so bei 6.000, 7.000, 8.000 Umdrehungen kriegt es nochmal einen richtigen Punch. Aber dieser Sound, ey, ich liebe ihn. Ob es jetzt dann tatsächlich noch in der Komplettanlage wird, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Das Motorrad ist sehr, 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 sehr wendig. Landstraße oder Stadt, ist ganz egal, wo man fährt. Das Ding kannst du so schön in die Kurven reinhauen. Hat immer genügend Druck, egal von welchem Gang weg. Du kannst im 6. Gang bei 70 kmh zum Überholen ansetzen und du ballerst an dem Auto, das du überholen willst, vorbei. Es ist einfach wirklich ein Genuss. Also eigentlich wie ein Zweizylinder. Von untenrum richtig viel Power. Ich habe mir jetzt noch diverse Tuning-Teile bestellt. Zum Beispiel die Fußrasten-Abdeckungen. Das heißt, wenn ich die Fußrasten hinten abbaue, dann kann ich die auch schön mit so einem R-Plättchen abdecken. Richtig geil, freue mich schon richtig drauf. Dann sieht nämlich auch das Heck hinten nochmal richtig clean aus und schön. Boah, diese Wolken, Friends. Es sieht nicht gut aus mit dem Wetter. Boah, einfach ein Genuss. Es ist ein Genuss, mit dem Ding Kurven zu fahren. Also auf jeden Fall das sportlichste Motorrad und auch gefühlt das krasseste Motorrad von der Beschleunigung. Ich weiß, die Duke hat laut Papiere mehr, mehr Power als die BMW. Aber gefühlt ist irgendwie das hier das aggressivere Bike. Ich kann es nicht anders sagen. Mit der bist du immer getrieben. Du willst Gas geben. Du willst Kurven fahren. Du willst Power. Und bei der Duke konntest du auch mal ein bisschen chilliger fahren. War nicht so das Problem. Da warst du nie so der Getriebene, sondern so der Ja, okay, wenn ich will, kann ich. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Aber hier ist halt doch eher... Das liegt, glaube ich, auch am Vierzylindersound, dieses Röcheln, dieses Böse, dieses Hochschreien, dieses... Boah, ist einfach geil. Wir fahren 8, 75 kmh, sechster Gang, 100, direkt. Also es dauert keine zwei Sekunden. Und das aus dem sechsten Gang im Drehzahlkeller. Wenn man sich das mal vor Augen hält, im sechsten Gang aus dem Drehzahlkeller. Einfach krass. So, ich würde sagen, wenn es heute noch was Spannendes gibt, schalte ich nochmal ein. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Eindruck. Bis jetzt die ersten 1000 km. Richtig, richtig geiles Motorrad. Huch. Ah ja. Der Stunt on the Wheels ist unterwegs. Ah ja, und noch was, Leute. Die Reaktion von dem Passanten. Es ist zu göttlich, wirklich. Jeder feiert dieses Motorrad. Ich weiß nicht, warum. Aber die meisten Leute zeigen dir wirklich einen Daumen am Straßenrand. Die drehen sich um, die gucken, die lachen. Wirklich richtig, richtig geil. Das Feedback von den Leuten. Und ich meine, das Motorrad hier, die sieht man auch gar nicht so oft bei uns auf den Straßen. Hier sieht man eher mehr so KTM, Honda. Aber BMW sieht man hier echt, echt selten, wo ich wohne. Und die Leute feiern es einfach. Das freut mich einfach, wenn sich Leute an etwas anderem erfreuen. So, wisst ihr, was ich meine? Nicht so mit einem bösen, neidischen Auge, sondern die Leute freuen sich einfach so. Das ist einfach das Coole. Und ja, ich würde sagen, das war es dann jetzt. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Peace. Braa. Bis zum nächsten Mal.